Yoshi! Ja, Leute! Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Yoshis Island, wo wir ständig auch failen. Da kommt keine Maus mehr raus. Kommt der Gegner wieder? Nein, der kommt dann natürlich nicht, ne? Ja, das wissen wir. Okay. Ist da unten noch irgendetwas? Ah, okay. Und da kamen wir, hatte ich doch das Gefühl. Kann das sein? Die haben sogar Eier. Oh, was ist das denn hier? Wow, 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 wow! Ne, 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 das will ich nicht. Das ist mir zu gefährlich, um diese Blume zu bekommen. Also, das ist schon riskant. Ich glaube, das müsste doch... Ah, da ist das Ziel. Hätte ich das gewusst, hätte ich das im letzten Part noch reingebracht. Leute, es wird richtig anspruchsvoll und das ist gerade mal die zweite Welt. Hallo? Naja, Leute. Seid zufrieden mit dem, was ich geschafft habe. Ha, ha, ha. Der war gut, ne? Ich habe aber alle Sterne. Okay, Münzen fehlen mir und Blumen fehlen mir erst recht. Naja, gut. Besser als gar nichts. Wow, Highscore. Oh, ne. Das dritte Level. Oh, diese Viecher da. Die kennen wir doch. Vor dem einen Yoshi-Hack waren die auch da, die Teile. Oh. Grinsewald. Ja, supi, ey. Wir sind unterwegs mit Tommy, mit dem blauen Yoshi. Jawohl. Diese Viecher hier. Kann ich doch... Jawohl. Ich will das mal kurz probieren. Mit Gegner... Ah, verstehe. Ich wollte es doch nur mal ausprobieren. Scheiße. Scheiße, ich komme da nicht hin. Ja, ich habe verloren. Und das habe ich davon. Ja, supi, wie denn auch? Wie denn, wenn das solche Teile sind? Ja, das habe ich davon, weil ich das ausprobieren wollte. Scheiße, Grinsewald. Du kannst der blöde grinsen. Sternzähler ist auf 10. Oh, oh. Ganz vorsichtig. Sammeln wir mal... Oh, was, ey? Die Dinger, die machen mich jetzt schon aggressiv. Dass die da die ganze Zeit... Die Musik ist genial, aber diese Levels, ey. Die Steuerung. Was? Alter, was ist das denn? Diese Teile nerven mich. Was bekomme ich hier? Eine Blume? Dann sammle ich die auch mal ein, oder? Oh. Ja, 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 ja. Oh, das Leben habe ich natürlich nicht mehr gekriegt. Mario! Oh, zum Glück habe ich die Zunge. Jawohl. Aber diese Viecher... Da muss ich echt höllisch aufpassen. Oh. Das war riskant. Okay. Ja, da unten, ne? Ah! Wie ich bei einem Abgrundfall... Da unten erscheint bestimmt eine Blume. Oh, Sterne. Kann man auch essen, die Sterne. Jawohl. Okay. Mit Vorsicht ist das zu genießen, aber es funktioniert. Es funktioniert. Jawohl. Ich habe einen Mittelspeicher und werde fast hier umgerannt. Das ist gut. Und der Sternzähler geht hoch. So. Was wird mir hier gesagt? Nicht verzweifeln. Diese Mauer kannst du mit einem Ei zerschmettern. Ja, ich hätte es mir schon fast gedacht. Wer hätte es auch gedacht? Ich glaube, langsam kann man sich in das Spiel reinfinden. Aber... Na ja. Es ist alles... Ja, sicher, ne? Alles nicht so einfach. Weswegen ich versuche, alle Eier, die ich verloren habe, auch wieder einzusammeln. Dann weißt du nicht, was kommt. Oh. War mir das klar? Kommen da noch mehr solche Teile? Aha. Da oben ist doch irgendwas, oder? Ja, ja, ja! Die Fledermäuse sind gut, da kann ich extrem viele Eier sammeln. Oh, das war Fail. Ne, 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 ne! Die Fledermäuse, glaube ich, langsam auf den Sack gehen, diese Fledermäuse. Boah. Wie viele da... Nein, nein, nein! Oh, die Angst immer Mario zu verlieren, ist echt enorm. Was? Da kommt ein Gegner raus. Die werden einfach alle gefressen. Oh, das ist ja wohl das Mindeste, was ich hier bekomme. Geht's da in Abgrund? Ne, ne? Oh, Leute, man weiß es ja auch nicht. Oh, nicht schon wieder das. Achso, ich dachte, ich muss hier... Man weiß es ja auch nicht, ne? Hä? Wollen die mich verarschen? Da gibt's natürlich tausend Gegner. Weil... Man kann das ja auch mit dem Kopf kaputt machen. Oh, das ist gut. Sterne sind immer gut. Was ist das denn? Tun wir hier noch ein paar Eier. Oh, nee, nee, nee! Oh, ich durf voll meine Sternzelle hier ver... Scheiß anlassen. Dann geht's doch auch da rein, wenn wir sowas bekommen. Wir haben einen roten Schalter. Oh, Gott. Hä, was ist das denn? Okay. Ah, ja. Oh, was? Das ist unfair! Dieses Scheißviech. Ich will einfach nur ins Ziel. Ja, ich muss wieder zurück, ne? Toll. Ja, verreckt doch. Es kommt wieder, oder? Ja, natürlich. Was habt ihr denn gedacht? Ah! Lass mich ins Ziel! Da kann ich wieder zurück, oder? Hallo, spinnst du? Fantastisch. Leute, ey, dieses Spiel macht mich ja noch wahnsinnig, glaube ich. Was? Und jetzt sieht es hier wieder genauso aus, ne? Ja, sicher. Oh, was ist das hier? Ich komme hier mit meinem fetten Schädel nicht durch. Allein? Schabe nichts mehr. Komm. Oh, was denn? Das müsste doch jetzt erstmal genügen, oder, Leute? Die Frage ist, wie ich da überhaupt irgendwie hinkommen soll. Ja, so geht es doch, oder? Es wird richtig lang hier. Als würden mich diese Münzen hier interessieren. Ich will einfach nur nach Hause. Hä? Boah, was zum Denker? Ach, hier ist gar nicht der Weg? Na, supi. Ah! Da ist der Weg. Anscheinend, das ist eine Melone. Was bringt mir die? Hä? Was sagt er mir hier erstmal? Nimm einen Knatterkürbis in den Mund und drücke Y, um die Kerne auszusprungen. Das ist der Knatterkürbis. Wie geil ist das denn? Das ist genial. Oh, jetzt geht's nicht mehr, aber ich kann doch die Stammfahrt... Nein. Aber jetzt habe ich die nicht, oder? Warte mal. Ha! Das ist ja episch. Ach, das hat auch diese Funktion von diesen Symbolen, die man einsammelt, denke ich mal. Was sagt er mir hier nochmal? Das ist der Wühl-Yoshi, ne? Ja. Genau. Dann verwandeln uns wir... Da oben ist ein Schlüssel, nämlich. Oh. Moment, Leute. Ich muss mal kurz einen Schnitt machen. So, Leute. Da bin ich wieder und es geht auch direkt weiter. Ich weiß auch nicht, was mich hier erwarten wird, aber... Okay. Aber wie schaffen wir das von der Zeit her überhaupt? Ich will eigentlich gerne diesen Schlüssel haben. Shit. Haben wir es geschafft? Ja, haben wir eigentlich noch. Ich habe immer noch diesen... Ha! Dieser Spucker-Sterne-Teil. Und warum ist der Schlüssel... Ja, der Schlüssel ist da, aber ich weiß nicht, wo eigentlich genau eine Tür sein soll. Da drüben? Nee. Was ist das denn hier überhaupt? Jetzt komme ich hier nicht mehr zurück, oder? Shit, da war ich ja. Da war ich doch schon. Oh. Was ist denn hier los? Das ist gemein. Oh Mann, die kommen immer wieder. Oh, scheiße. Ne, ne, ne. Ich gehe wieder... Hallo, macht mich nicht tot! Spitt ihr, oder was? Das ist... Den Weg gehe ich nicht, Leute. Das könnt ihr vergessen. Ich mache Wüljoshi und dann... Kann ich überhaupt noch Wüljoshi? Nee, ne. Nein! Nein! Nein, sorry, Leute. An den Abgrund habe ich nicht mehr gedacht. Okay, ich gehe da lang. Ich gehe da lang. Ich habe... Mein Sternenzähler ist... Nur noch bei elf. Ey, Leute. Shit. Ah! Ach so. Ich gehe da lang. Oh Gott, das ist echt raskant. Der verfolgt mich. Okay, ich will ans Ziel. Die Enten, oder was das sind? Oh, fuck, fuck, fuck. Ich will ans Ziel. Ich sehe gar nichts mehr hier vor lauter Gegner. Die Levels dauern ganz schön lange, Leute. Oh Gott sei Dank. Es ist mir alles egal. Alles. Der gelbe Yoshi ist dran. Oh, kein Bonus-Level war ja wieder klar. Nee, Leute, sorry, aber manche Stellen, da weiß ich einfach nichts. Was hab ich schon gedacht? Null, null, überall null. Oh, nur eine rote Münze hat mir gefehlt. War ja nicht so schlecht. Ja, toll. War sau schlecht. Ja, und jetzt auch noch das Schloss. Leute, nee, das seht ihr im nächsten Bad. Ich kann nicht mehr. Oh, das Schloss auch noch. Die machen mich fertig. Also das kleine Schloss erst mal. Das ist ein geilster Haus. Oh. Wiedersehen, Leute.